hallo meine lieben und einen wunderschönen sonntag ein großer tag steht uns heute ins haus heute abend für mich zumindest sind die endspiele im us amerikanischen football die beiden großen liegen die zusammen die nfl bilden spielen heute die meisterschaft aus und die beiden gewinner werden dann in drei wochen im superbowl stehen das ist mein persönliches zweites weihnachten seit 20 25 jahren aber ich will dich gar nicht mit meiner sportleidenschaft hier langweilen vielleicht ist ja doch was für den ein oder anderen aber da können wir dann mal privat drüber sprechen heute geht es durchaus um so 20 praktische möglichkeiten geld zu sparen nummer eins verabschiede dich von deinen schulden so banal es sich anhört so wichtig ist es und so elementar ist es auch ja die monatlichen schuldenzahlungen egal wie klein sie sind nehmen dir dein kapital jeden monat um es zu investieren wenn du nur 50 euro jeden monat an schulden abbezahlen musst könnte das eine gute aktie jeden monat sein wenn du jetzt noch fünf jahre zahlen muss 60 monate fehlen die akkumuliert über 60 aktien die einfachste methode schulden abzubauen ist die schneeball methode die habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann thematisiert sollten wir schon drüber geredet haben werde ich bald aber wieder drüber reden schneeball methode geht ganz einfach du sortierst deine monatlichen schuldzahlungen und schaust wo du am meisten zinsen zahlst wenn du unterschiedliche zinsen darauf zahlst und die mit der höchsten zinszahlung du gibst also in jede sagen wir du hast fünf schuldenarten sortierst die von klein nach groß machst mit jedem schuldner eine eine sehr geringe mindestzahlung aus und auf die teuerste packst du dann noch das restliche geld was du hast ja wenn du also 500 euro zum tilgen hast hast fünf schulden typen und jeder schulden typ braucht 50 euro dann hättest du 50 250 euro auf die fünf schulden typen verteilt die restlichen 250 euro bezahlst du noch auf die teuerste art damit hast du dir am schnellsten abbezahlt jetzt sind die 250 euro plus 50 wieder frei gehst du auf die zwei teuerste und so weiter das ist die schneeball methode nummer eins verabschiede dich von deinen schulden nummer zwei hört sich vielleicht komisch an aber reduziere deine einkäufe mach dir mal ein budget was du wirklich jeden monat für dich und gegebenenfalls deine familie an einkäufe für lebensmittel ausgibst und schreiben richtiges budget auf und dann sei mal ehrlich zu dir wie viel schokolade wie viel kekse wie viel tüten chips stehen da wirklich drin die du nicht brauchst raus mit dem zeug und wirklich mal dann aufschreiben wie viel du eingespart hast und das dann natürlich gleich investieren ideal wäre vielleicht auch dass du deine mahlzeiten über eine woche planst auch für deine familie und schau mal nach in deutschland österreich schweiz es gibt lebensmittel händler die kostenlos verschicken das heißt du musst nicht mal mehr rausfahren um einzukaufen und er liegst dann auch nicht den den marketing tricks im supermarkt selber oder wenn du deine kinder dabei hast papa mama ich will das sell jenes haben plane deine einkäufe und lass es dir kostenlos nach hause liefern und das jede woche wenn du weißt hey ich bestelle sonntags und bekomme mittwochs dann meine einkäufe dann kannst du ja immer von mittwoch zu mittwoch planen das war punkt nummer zwei reduziere deine einkäufe punkt nummer drei kündige automatische abonnements und mitgliedschaften netflix spotify fitnessstudio ich habe jetzt ein jahr lang fitnessstudio bezahlt und war nicht dort sind wir ehrlich amazon prime was es auch alles gibt nutzt du es wirklich ich persönlich wir haben es gerade gesagt heute heute haben läuft american football ich habe zwei sender abonniert nur um football zu schauen aber meine fit football saison geht fünf monate ja immer am ersten februar im jahr ist der super bowl und dann haben wir bis ende des sommers haben wir pause und in dieser zeit kündige ich auch mein abonnement da brauche ich meine high glas sport shows nicht überprüfe mal ob du netflix was hast du an an was hast du an abonnements und kündigung an kündigung laufen an mitgliedschaften laufen brauchst du es wirklich kündig und kündige es oder prüfe auch mal wenn du wirklich netflix schauen willst auf wie vielen fernsehern darfst du denn netflix schauen es gibt ja diese kombi angebote und viele streaming dienste lassen dich deine lieblingssendung auf mehreren fernsehern schauen red doch mal mit deinen ich weiß nicht kindern nachbarn freunden verwandten wenn die auch alle netflix haben könnt ihr euch ein account teilen und das wäre schon wieder billiger punkt nummer vier sehr wichtig kaufe generisch sei einfach mal ehrlich wenn du was kaufst was ist denn das tolle an markenprodukten das ist doch meistens das marketing schau dir die verpackung schau dir die boxen an kriegst du für das für für deutlich weniger geld einen gleich hochwertigen oder einen besseren artikel dann steige um auch wir haben im studium folgendes gelernt wenn du dir heutzutage eine neue produktionsmaschine kaufst dann passiert es und das passiert auch den kleinsten herstellern schon dann passiert es dass diese maschinen heutzutage durch die computertechnik und durch die wirklich tolle technik die wir heute haben deutlich mehr produzieren können als verkauft wird nehmen wir mal die firma bosch die braucht jetzt eine neue produktionsstraße für bohrmaschinen und die hat ihr super tolles luxus bohrmaschinen modell weiß nicht der top bohrer und jetzt kann sie sagen wir mal im monat kann bosch dann 300.000 maschinen produzieren ich weiß nicht ob die zahlen stimmen kann aber nur 200.000 verkaufen was macht man jetzt mit den restlichen 100.000 weil die maschine soll ja dauerhaft laufen aus diesen 200 aus diesen restlichen 100.000 macht bosch ein no name produkt und dieses no name produkt ist dann genauso gut ist das und wird halt billiger verkauft trotzdem aber noch über den kosten das heißt bosch nimmt lieber weniger ich weiß nicht ob bosch das macht also hier leute wenn jemand bei bosch arbeitet ihr seid nur ein beispiel dann werden lieber no name produkte von vom gleichen band verkauft hauptsache man hat überhaupt den gewinn gesteigert und die maschine steht nicht still und das gilt eben auch für lebensmittel wenn man es ganz genau nehmen will jedes produkt hat so eine so eine produktcode nummer liest ich da mal im internet ein und wenn du die sogar miteinander vergleichst dann kannst du geo chips als no name kaufen und es sind haargenau die gleichen und es kostet einfach weniger müssen es immer die nike sein bei mir schon hashtag nike fan ja ist aber auch blöde heutzutage kriegst du auch gute turnschuhe billiger tipp nummer fünf es kommt darauf an wo du lebst die ich versuche hier immer tipps zu bringen nicht nur für deutschland ich selbst wohne ja in der schweiz und es ist tatsächlich so dass du bei unterschiedlichen anbietern unterschiedliche preise fürs kabelfernsehen zahlst kabelfernsehen je nachdem welchem land du lebst kann sehr deutliche preisunterschiede haben bitte prüfe das schaust du überhaupt noch fernsehen brauchst du das überhaupt noch ähm und ein kleiner tipp aber da muss eigenverantwortlich ein bisschen gearbeitet werden geh mal ins internet und gucke es gibt ähm streaming dienste und alternativen zum kabelfernsehen die deutlich billiger sind tipp nummer sechs spare automatisch geld wie funktioniert das naja in deutschland es gibt den dauerauftrag richte dir einen dauerauftrag ein und mach das so dass du einen tag früher deinen spardauerauftrag überweist als deine miete einen tag früher als die miete punkt das war's punkt nummer sieben wenn du unerwartete einnahmen hast du bekommst beispielsweise eine äh einen bonus im geschäft du bekommst eine ähm rückzahlung von irgendwoher du bekommst eine steuerrückerstattung oder ähnliches dann ist das kein einkommen nutze das sinnvoll nicht ausgeben für spaß nicht ausgeben für sonstiges sondern wirklich anlegen und gegebenenfalls auch ein eigenes business damit aufbauen wenn du es noch nicht hast ein notfallfonds aufbauen wenn es nicht anders geht wenn 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 du schulden hast schneeballsystem damit bedienen ähm kreditkarte ablösen und so weiter ja also sinnvoll ausgeben immer wenn du eine rückzahlung kriegst und immer wenn du ein ein zusätzliches unerwartetes einkommen hast geht es ist es verboten das auszugeben für die persönlichen liebeleien punkt nummer acht du kannst an den energiekosten sparen und ja überleg doch einfach mal ob du kürzer duschen kannst überleg doch einfach mal ob du ein bisschen kälter duschen kannst ich habe nicht gesagt weniger duschen ich habe gesagt weniger lang und kälter wenn du dich einseifst mach das wasser aus ähm repariere undichte rohre ganz klar dass da nichts verloren geht checke das ob ob da irgendwas verloren geht und überleg auch mal ob du manchmal kleider kalt waschen kannst ob es immer 60 oder 90 grad sein müssen ob ähm manche klamotten kann man einfach auch kalt waschen und das spart geld natürlich könntest du dir auch ein neues gerät kaufen dass eine neue waschmaschine die ähm ähm eine ganz krasse rechnung okay punkt nummer neun bestelle und jetzt werden mich alle meine meine online marketer freunde killen aber bestelle die e-mails ab außer die vom panzer knackern nein da sollst du dich eintragen nein warum wenn du wirklich geld sparen willst bestellen newsletter ab wir online marketer sind verdammt gut darin angebote zu machen und wenn du diesen angeboten äh nicht sauber widerstehen kannst dann kosten die dich wirklich geld und das einfachste ist diese angebote nicht zu bekommen also bestell sie ab ich persönlich achte wirklich drauf dass ich viel content raushaue über meine e-mails ähm dass ich allerdings auch hingehe und wenn ich ein kaufangebot mache dass ich a das angebot selber kenne und dass ich es wirklich für gut befinde äh das ist so ziemlich das faireste was ich anbieten kann bestell die e-mail newsletter ab punkt neun punkt nummer zehn denke mal dran ausleihen ist nicht kaufen wenn du jetzt einfach mal für eine gartenarbeit oder für ein kleines heimwerker projekt ein werkzeug brauchst geh in den baumarkt da kannst du dir die tollsten geräte ausleihen nicht immer nur kaufen ganz ehrlich ich habe seit drei jahren zwei nagelneue kettensägen in der garage liegen die sind noch nicht einmal gelaufen eine habe ich jetzt zum guten freund her geschenkt weil er mir geholfen hat beim bevorstehenden umzug sind wir ehrlich hätte ich in den letzten drei jahren eine kettensäge gebraucht was ich nicht tat hätte ich sie mir auch leihen können wäre billiger gewesen naja morgen ist nicht kaufen muss ich mir selber hinter die ohren schreiben nummer elf wenn du arbeiten gehst pack dein mittagessen ein ich habe es selber mitgekriegt als ich noch angestellt war wir sind jeden mittag sind wir eine metzgerei gefahren die mittagmenü angeboten hat das war schnell das war einfach war aber nicht ganz billig und deswegen pack dir dein mittagessen ein und wenn es nur drei euro sind die du jeden tag spaßt du hast im schnitt 22 arbeitstage pro monate sind 66 euro die du dann spaßt einfach weil du es vorgeplant hast übrigens auch vorplanen mit dem punkt nummer warte wo war punkt nummer zwei einkäufe reduzieren du planst das vor und kauft das kaufst das genauso mit ein und dann hast du auch eine übersicht wie viel du gespart hast 66 euro können schon wieder eine aktie sein nur jeden monat nur weil du dein mittagessen einplanst einpackst okay punkt nummer zwölf wenn du einkaufst frage nach rabatten wer nicht fragt der kann keinen kriegen und du solltest immer fragen auch wenn es dir jetzt unangenehm ist gewöhn dich dran und bezahle immer bar es gibt rabatte für senioren es gibt für studenten lehrer vielleicht militär angehörige hörst du irgendeine gruppe an die sparen kann dann spare rabatte an der stelle kurze werbung kauf angebot achtung womit ich sehr viel gespart habe in den letzten jahren ist wirklich ein ein video kurs von ralf schmitz den findest du unter panzerknacker-podcast.com lcw lima charlie whisky lcw und der kostet glaube ich nur 100 euro und damit kannst du aktuell wenn du jetzt gas gibst kostenlos eine woche kostenlos in afrika in einem fünf sterne hotel in einem riesen ressort in namibia urlaub machen also panzerknacker-podcast.com lcw das ist ein mega rabatt für alle die verreisen wollen in hotels sind die billig fliegen wollen und so weiter das damit spare ich hunderte 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 euros jedes jahr ralf schmitz übrigens einer der besten online marketer der haut keinen müll raus punkt nummer 13 profitiere von vermögenswirksamen leistungen die fallen wirklich aktuell also ich habe es seit jahren nicht mehr im kopf aber ich lebe auch nicht mehr in deutschland vermögenswirksame leistungen nicht auf einen bausparvertrag bitte nicht das geldvernichtung schau mal was es alles gibt ich bin wirklich kein fachmann dafür aber ich verspreche dir ich mache es eine gute idee die vermögenswirksamen leistungen in der nächsten zeit mal ich werde mich da einlesen und werde mir ein fachmann mal dazu holen darüber eine episode zu machen aber du solltest sie auch nicht her schenken ich glaube du kannst 78 euro bis zu 78 euro jeden monat einfach bekommen und das macht über die monate und jahre unheimlich viel aus einfach mitnehmen und nicht verschenken okay punkt nummer 14 senke deine handy rechnung gerade ich hier in der schweiz wie gesagt die der podcast ist ja nicht nur für deutsche aber gerade hier in der schweiz ich habe für eine handy rechnung wenn ich die monatlich nehme zahle ich zwischen ich muss einen vertrag nehmen dass ich auch nach deutschland telefonieren kann dass ich vernünftig wenn ich so ich bin so auf dem ausland dass ich da ins internet komme da zahle ich 90 bis 110 franken was um die 80 bis 100 euro sind das mache ich nicht ich habe seit jahren keinen handy vertrag obwohl sie mir immer wieder anbieten ich habe ein prepaid handy wenn ich nach deutschland komme kann ich nicht angerufen werden solange ich nicht im internet bin aber du bist heute überall kostenlos im wlan fast und die geile nummer daran ist halt du ich habe halt dann nur whatsapp anrufe du kannst mir nur nachrichten schicken ich nehme telefonanrufe ähnlich entgegen weil ich eine frechheit finde wer mich anruft beschließt ja dass ich jetzt mit ihm er beschließt wann ich mit wem über welches problem rede und das kann nicht sein denn mein tag wird ja von meinem terminkalender bestimmt also immer wenn du mich anrufen willst musst du eigentlich im kopf haben ich habe a gerade was anderes zu tun und du störst mich und b ich bin eventuell oder höchstwahrscheinlich in einem termin mit einem anderen menschen und dem gegenüber ist es ziemlich unhöflich wenn ich wenn ich einen telefon anruf entgegen nehmen würde wenn ich mit dir einen termin habe gesprächstermin bin ich auch zu 100 prozent für dich da und nicht für das telefon und das solltest du vielleicht auch abschalten dass du angerufen werden kannst außer es ist natürlich für deinen beruf wichtig aber dann ich rede hier von der privaten handy rechnung ich bin mir sicher gerade in deutschland dass du auch mit einem prepaid handy sehr sehr gut hinkommen könntest prüf das einfach alles mal und hau die handy rechnung runter zusätzliches einkommen dadurch aufs schneeballsystem schulden abzahlen oder investieren punkt nummer 15 mach mal eine challenge und schau mal ob du dir selbst eine ausgabensperre verhängen kannst kauf mal für eine woche oder für einen monat keine unwichtigen dinge betrachte das einfach als eine challenge an dich selbst und überprüfe ob du es durchhältst und ob du damit wachsen kannst wenn du eine frau bist keine handtaschen keine schuhe keine schminke ja die sind unwichtig du bist auch ohne schminke hübsch egal welche frau du bist garantiert keine fingernägel männer weiß nicht wenn er geben auch sehr sehr viel aus keine spielzeuge und ja schau einfach mal ob das funktioniert punkt nummer 16 werde wieder ein mann und do it yourself mache selber wenn irgendwas ist du möchtest was haben neuer fließenspiegel schau ins internet vielleicht kannst du selber machen vielleicht kannst du gebrauchte fließen kaufen die cool aussehen und du hast einen vintage look also am material sparen selber machen und hey freunde und nachbarn fragen lasst uns die sachen mal wieder selber machen man kommt zusammen man trinkt vielleicht ein bier dabei hat noch ein bisschen spaß ich selbst habe eine kleine werkstatt unten und habe leider niemanden mit dem ich ein bisschen basteln kann aber auch das macht mir eine riesen freude und es ist eine geile nummer ich habe mir beispielsweise einen räucherschrank ich bin ja jäger und ich mache viel selber auch im herbst melanie und ich wir stampfen tatsächlich sauerkraut ein nicht weil wir sauerkraut gern mögen sondern einfach weil wir auf das einstampfen stehen und wissen wir haben was selber gemacht wir haben einen garten mit vielen vielen pflaumen und kirschen und hatten auch viel gemüse das wird teilweise eingekocht es ist wir machen marmelade aus unseren früchten tierisch geile nummer einfach weil ich nicht möchte dass solche sachen in vergessenheit geraten ich mache räucherschinken selber da habe ich mir den schrank selber gebaut mein gott wenn du die maße für so einen räucherschrank hast und das sind nur rechteckige holzplatten oder sperrholzplatten das kostet im supermarkt kein geld mehr das alles zurechtschneiden zu lassen und dann holst du dir einen kumpel hast einen akkuschrauber und vielleicht noch akkuschrauber und stichsäge und bohrer und dann hey das ist so ein ein zwei samstage projekt im in der garage ja ein bisschen do it yourself wieder lernen damit kann man unheimlich viel geld sparen mach einfach ein heimwerker projekt raus punkt nummer 17 überspringe den coffeeshop wenn du in der stadt unterwegs bist wenn du beim einkaufen bist und so weiter ich nenne das persönlich rum schniecheln es wird versuchen nicht rum zu schniecheln gehe in die stadt kein rum schniecheln wir gehen nicht kurzen brötchen kaufen wir gehen am coffeeshop vorbei wir gehen nicht in die stadt ins café und machen dort unseren blogartikel wenn das ziel geld sparen ist und nicht lebensfreude ja also immer aufpassen ich sag nicht dass du das gar nicht mehr machen sollst denn ich genieße das auch sehr einfach mein tablet mitnehmen ich habe eine tastatur dran und kann dort arbeiten ich kann dort lesen ich kann dort was hören ich kann rein theoretisch kann ich auch meine ich habe mobile mikrofone ich kann mich ans meer setzen ich kann mich irgendwo hinsetzen und kann auch im coffeeshop ein podcast aufnehmen aber es ist nicht gut für die kosten und von daher coffeeshop überspringen punkt nummer 18 viele 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 panzerknacker hörer wahrscheinlich auch du als ich bin mir 100 prozent sicher eigentlich auch du die tatsache dass du diesen panzerknacker hörst zeigt dass du ein wissbegieriger mensch bist und podcast hörer und wissbegierige menschen lesen auch sehr viel das merke ich auch an den buchempfehlungen die ich raushaue die werden sehr sehr gut angenommen und es ist aber nicht unbedingt immer notwendig ein buch zu kaufen wenn du sehr sehr viele bücher liest gibt es die möglichkeit bei amazon ist jetzt entgegen des vorherigen tipps natürlich deine 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 abonnements zu prüfen aber wenn du wirklich sehr sehr viel liest sehr viele bücher liest im monat dann solltest du dir ein kostengünstiges abonnement bei audible für hörbücher oder bei amazon für bei kindle für ebooks holen und damit kannst du dir die ebooks teilweise kostenlos sogar runterladen was aber noch besser ist ich persönlich bei ich lese unheimlich ungern auf meinem tablet bücher ich mag das nicht ich muss ein buch in der hand haben ich muss fühlen ich muss seiten umblättern ich muss knicke reinmachen ich muss mir da zettelchen reinkleben können und so weiter ich habe gern ein buch in der hand wenn ich jetzt aber auf seiten umknicken und zettelchen reinkleben verzichten kann dann überlegt doch mal es gibt bibliotheken du kannst in eine bibliothek gehen teilweise in den meisten fällen sogar kostenlos und die könnten wenn du jetzt rich dad poor dad lesen willst wenn du irgendwas lesen willst und die bibliothek ist groß genug die stadtbibliothek dann leih dir das buch doch einfach aus dieses macht ihr deine notizen und die sache ist erledigt und dann bringst du das ding wieder zurück und du hast geld gespart und jedes mal wenn du dir ein buch ausleihst und du hast es gelesen nimmst du das geld das du für dieses buch ausgegeben hättest und packst es zur seite weil sind wir mal ehrlich ich habe viele bücher im schrank stehen die habe ich angefangen zu lesen und habe dann aufgehört und lese sie nicht weiter sei mal ehrlich zu dir wie oft passiert ist und dann hast du halt 10 20 30 euro ausgegeben packst auf die seite notfallfonds aufbauen schneeballsystem für die schulden oder eben schön in aktien oder in den in den investitionsfonds also nicht investmentfonds sondern investitionsfonds okay punkt nummer 19 streich deinen urlaub wegfliegen kostet viel geld und egal in welchem land du lebst gerade auch deutschland du hast noch nicht jedes eck gesehen und es kann sehr sehr toll sein pack dir einfach mal einen rucksack geh raus in der natur ich mache das sehr gerne ich habe ja mal survival kurse gegeben oder bushcraft kurse du brauchst nicht viel um draußen zu sein und einfach mal auch du kannst eine nach dem wald sein du kannst ein bisschen campen gehen du kannst wandern du kannst eine fahrrad tour durch deutschland machen wir haben die schönsten orte in unseren kleinen dörfern du kannst auch in deutschland an die nord oder ostsee gehen du kannst in die berge wandern gehen du kannst eine kanutour machen du kannst dir das riesengebirge anschauen wir haben bomben sachen zu hause und du kommst auch runter spar einfach geld dabei punkt nummer 20 jetzt wird's krass der letzte punkt den ich dir heute mit gebe zum thema geld sparen ist verkauf alles was du zu hause hast dass dir keinen spaß macht dass dir dass du nicht wirklich brauchst oder das auf dem dachboden seit mindestens einem jahr verrottet und ich habe mir für 350 euro für diesen podcast weil ich es testen wollte um den hall aus dem mikrofon rauszubringen habe ich mir einen speziellen mikrofonschutz gekauft der nagelneu auf den markt kam der wird auf den mikrofonständer gebaut der hallschutz kommt auf den rum und das mikrofon wird reingebaut aber das ding ist so riesig groß dass ich entweder meine monitore nicht lesen könnte und ich muss auch im stehen moderieren also es passt alles hier nicht jetzt ist das ding für das 350 euro da und steht seit einem jahr anderthalb hier in meinem büro im studio im eckrum und jetzt muss ich halt gucken dass ich das wirklich verkauft kriege es ich brauche es nicht mehr und solche sachen hast du auch zu hause geh denke einfach mal minimalistisch brauche ich wirklich meine zweite pfanne oder nutze ich die nie meine zweite motorsäge ich habe vorhin beispiel genannt und das bargeld was du damit verdienst du kannst auf den du kannst auf den flohmarkt gehen kannst du das weghauen du kannst das online kostenlos weghauen es kostet dich nichts das weg zu bringen vielleicht hast du auch irgendein blödes geschenk gekriegt das du nicht magst oder klamotten die du nie angezogen hast du überleg dir was alles was du nicht wirklich brauchst was dir freude macht oder was du nicht nutzt weg und mit dem bargeld wieder notfallfonds oder eben investitionen das war's für heute ich bereite mich jetzt auf meinen abend schon vor ab 20 uhr geht's los und ich freue mich morgen von dir zu hören also jetzt habe ich blödsinn gelabert da merkt man wenn man unkonzentriert ist du hörst morgen wieder von mir und du darfst dich auf mich freuen ich wünsche dir einen schönen sonntag alles liebe alles gute und wenn du fragen hast bitte keine scheu ich gehe auf panzerknacker-podcast.com und klick rechts auf den button und schick mir einfach deine frage das ist kostenloses coaching wenn ich sie nicht beantworten kann suche ich mir jemanden der sie beantworten kann und du kannst live hier im panzerknacker sein oder du darfst mir auch eine e mail schreiben und ja ansonsten denk immer dran sei die stimme nicht das echo ja das war's leider auch schon wieder für heute ich danke dir fürs zuhören die informationen die du in dieser episode erhalten hast werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen informationen in den show notes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt schau einfach mal rein dies ist eine marcus habermehl produktion bitte besuche mich auch nächste woche wieder für eine weitere folge vom panzerknacker podcast bis zum nächsten woche wieder